Der hat einen, der hat einen, der hat einen, der kämpflichst noch ein bisschen, ja das auch ein bisschen kämpflich, ich darf die auspollen, ja, wie gesagt, da wird der voll der Richtballer jetzt, ich krieg ja gar nichts mehr, genau da vorne hast du ihn gekriegt, ne, er ist die Brasse mit erfreudigem Pollen, so, ist wieder Handlandung angesagt, also Gino, der Kassel in den Sack, muss ich heute ehrlich sagen, Jungs, Jungs, Mowgli fangt immer an, immer, so, Jungs, seht mich an, wir sind der Catch and Release hier, wir lassen wir noch einen, tschüss, 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 und Barker Pro consumo,